Jetzt musst du wieder auf die Schiefen. Nein, jetzt drückt's halten. Dann... Musst du warten, muss rauskommen, dann schief! Jawoll! Was brauchst du nicht für die Hilfe? Ah gut, du kannst doch nicht schießen. Also brauchst du mich doch. Drücken wir mal 3. Ich weiß nicht, dass du unten sitzt. Kann man nur in den links um... Ah! Nee, ich komm nicht ran. Schass, ey! Soll ich links meine Augen? Scheiße! Nichts, sondern die 2. Ah! Tötig! Ah! 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 Es ist ja so, wenn du fast kommst, kannst du dir nur noch längst ein. Ah! Das stimmt. Du musst das zwar... Ausweichen, ja. Oh Gott! Ich drück mal! Ich drück mal! Ich drück mal! Das ist wirklich geil! Boah! Da hast du nicht eh voll ins Gesicht gekriegt. Ist das auch so? Pfff! 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 Ich hab auch nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder? Na gut, im Endeffekt. Oh, es wird heller! Endlich sieht das Spiel wieder gut aus. Ach, hast du eigentlich gewusst, dass diese... Person... Hat sie jetzt zugegeben? Hast du eigentlich gewusst, dass diese... Person... Lesbisch ist? Hat sie jetzt zugegeben? Hm? Hast du eigentlich gewusst, dass diese... Höh... 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 Was macht der hier? Höh... Geh doch mal... Also manchmal hagel die Steuerung ein bisschen... Ein bisschen... Höh... Diese Person... Höh... Hier hängt er wieder an der Wand... Alter... Da ist er doch! ja er hat das ist ja gut ist mit uns und so leute die hier mehr der wir nicht holen komm was nur mit ihr will sich mal weitergehen oder was? ich versteh nämlich welche kann ja wohl nicht helfen warte mal warte mal warte mal anderen Weg vielleicht der Mann muss da rüber rin die ist die Leiter die wird nicht unter uns da stehen nein ran an die Wand nicht nur oder drücken wir jetzt ein Treieck keine Chance wir müssen direkt durch bleib bei mir ok schnell hilf mir gut ja so ich werde dir aber barsch du fucken oder ich hab doch genau auf die ich hab doch genau auf die geschockt ich würde das so Kinder von dir einfach mal gekommen wissen hopp 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 super hopp hopp me wir kämpfen durch die gleichen oder? Lennart aber wir würden nie eigentlich hat es schon ausgereicht vor zwei Jahren in Tunesien sie sind mir so letztens aufgefallen wir beide haben bis jetzt vor einem Urlaub zusammen gemacht ich bin schlimm da müssen wir hin da müssen wir hin da müssen wir mal gucken vielleicht gibt es hier noch nicht wo ist denn jemand nach außen naja ich erschieße den oder bringe den um dann den Fahrer da keine Schlange das bin ich ich so oder den raus und dich mit hinten drauf und dann weg hier oder doch doch wo ist er wohl nie wie salim die 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 ganz ruhig vielleicht kommen wir um so das habe ich nicht nur nicht geschafft es war nicht so das war die ich kann es nicht nur auf der Seite die Stürmer ich bin so wichtig im Moment ich kann es nicht nicht nur die ich bin so wichtig ich bin es nicht wie immer ja Kann ich Gas geben? Hallo. Ja, 2. Viel Spaß. Das war alles gut. Exxen, 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 Exxen. Bäm, Bäm. Wichtig. Ja, wichtig. Halbes mit Machete. Reisen, Reisen. Oh Gott. Anstrengen. Schütteln. Ich schüttel mich. Vertreten. Reisen. Oh Gott, er hat die Pistole. Wieso fliegst du denn rüber? Ja, weil... Das ist doch böse. Exxen, Exxen, Exxen. Ja. Na gut, Jodie, wenn du nicht vorgehend zerfreut dich, alter Lebe. Oh Gott, Johnny. Oh Gott, ey. Ohohohohoho. Hast du trotzdem genug gedrückt, ja? Hm, gut wieder. Ich will schreit auch immer schießen, muss ich ja. Eigentlich schon, ja. Nur auf mich. F***. Genau. Wo wollen wir eigentlich? Ja, so. Okay, wie haben sie das jetzt gemacht? Wir sind sicher. Alles okay, Salim. Ach so, das ist okay. Oh, Bro. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Nein. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Wir sind nicht so gut. Wir sind nicht so gut. Wir sind nicht so gut. Wir sind so gut. Tut mir leid, aber... Du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann... ...ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Kuscheln! Jetzt hat er also auch verstanden. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Der Geist ist fertig. Also, ich stehe, wir sind das nicht wirklich, wo wir sind. Ich muss nicht... Hier hinten sind irgendwo schon ein paar Autos. Da sieht man da ruhig aus. bürst du mal muss hier rüber das in den Gang reing, hol zu hin du willst nach Saliba hinterher, oh Gott, hier steht er noch oh Gott, da steht er noch hol dir den oh Jäger, den auf die Straße verkloppt aha ja, geht er da rein oh du weißt was du tun musst finde Jamal ein ach zeig dir erstmal was hier drin ist los ist den kann man also einnehmen den kann man drüber einnehmen ok den kann man aber einnehmen das ist es, das ist Jamal ich komm nicht nach dem Galin ran du musst das übernehmen Aiden so ist die was nee besser gesagt wir sehen uns beim nächsten Mal weil die Zeit gerade so schön um ist dann greifen wir hier ein oder versuchen ihn zu töten dass du dich gut gehst, haut rein tschüss, bis zum nächsten Mal tschüss 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 Vielen Dank.